Ah, da gibt es ja nicht Spannend, dass wir den Stuhl auf die Gegend zum Schleppen. Das ist bloß um die Tofi zum Lesen. Ich hätte meistens die Treppe. Interessant. Echt? Was steht da? Der große Berg. Was ist da noch was? Nein. Ist da noch was? Ist da noch was? Nein. Da haben wir alles. Der fällt bestimmt nicht oben, oder? Wenn ich ihn triff. Richtig nicht. Brauche ich das? Will ich das? Das haben wir offen. Da ist auch nichts mehr. Da ist er kaputt zu dir. Da sind wir da schönes. Davon gibt es sicher noch mehr. Schwierig. Ich habe da die anderen noch gar nicht vollzählig. Waren denn die? Ah, ja. Da schau ich es gleich vor. Will ich das Hacki dort umschmeißen. Mach dich bereit, Junge! Ja. Zeig mir dein Inneres. Also das da war nicht ich, gell? Ich gehe nämlich festzweiten. Ganz schön viele Leichen. Ja. Da mag ich es richtig auch. Sag mir was du siehst. Naja, die sehen wie Menschen aus. Nicht Riesen. Prächtig. Die war auf der Schatzjagd. Siehst du die Fangen? Oh, ja. Zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Ja. Da wurde so schönes Gemetzel. Jetzt sind wir beim Hirsch. Die Statue! Die sind drüben! Hab ich doch gar gesagt. Der hört mir einfach nicht zu. Der hört mir einfach nicht zu. Lesen wir was da steht. Oh! Das ist Dörratror. Einer der vier Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötenheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch dort ist? Ich weiß es nicht. dann ist das schon stetsch. Das ist auch nicht zu tun. Der hört uns nichts zu bieten, ne? Ja. Der hört uns nichts zu bieten. Der Hirsch. Das ist jetzt bloß ein xp-games. 27 Stück. Wow. Junge. Jetzt bin ich verrutscht. Was ist denn das? Ah, ist eine Wurst. Ist eine Wurst. Jetzt kannst du auf Pause drücken, wenn du das lesen willst. Oh, ein magischer Stuhl. Nein, doch nicht. Gibt es sonst nichts darin? Außer den Zettel und den Stuhl, wo ich draufstehe, dass ich immer 27p kriege. Wow. Toll. Das hat sich lohnt. Yeah. Hauptsache, du wusstest ja. Jetzt meint, dass du schneller bist wie ich. Aber nicht mit meinen Panther-Hofen-Reflexe. Ah, jetzt haben wir auf die Ahnung. Wo geh jetzt den Stuhl her? Da geh ich mir nicht durch. So. Wo geh jetzt den Stuhl her? Na. Wo geh ich mir nicht durch? So, wo geh jetzt den Stuhl her? Wo geh jetzt? Wo geh jetzt? Wo geh jetzt? Wir sind immer noch zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. Wow. Der höchste Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein. Ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Ja. Das hat sich auf jeden Fall nicht einfach gemacht. Ach so, wo man da ist, wo ich da nicht triff. Ja. Ich brauche Dinge, wenn ich oben bin. Was ist das? Ah, das ist natürlich grob. Da, da zu der Kiste. Zu der Kiste. Ja, Mann. Kiste, Kiste, Kiste. Ich liebe Kisten. So. Aber auch kein Stein. Kein Leuchte-Stein. Ich kann jetzt die Tafel lesen, wenn da nirgends wo so ein Leuchte-Stein ist. Hm? Hm? Da ist keiner. Woher nicht das, oder? Na? Hm. Dann kommen wir da wahrscheinlich später nochmal her. Na, komm Junge. Es geht weg auf mit uns. Es ist dein Name, glaube ich. Heislir. Das heißt Schrecken. Das ist ja toll. Was ist das? Seltsam. Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Ja. Hey! Wer hat wohl diese Wackeln angezündet? Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen halten. Ja! Oh. Na, steig halt nicht gleich runter. Bist also überall eifrig. So weit verstorben, oder? Ja. Da kannst du nicht stehen. Da wollen wir noch nicht, glaube ich. Kiste. Kiste. Danke. Sonst ist da nichts. Nein, sonst ist da nichts. Hallo! Lass das! Ach Mann, ich wollte nur... Schon gut. Schon gut. Wie weit ist denn der Müllaufgabe auf den Bugel? Hübsch. Mann ist das hier hübsch. Sieht aus, als soll hier irgendwas drüberrollen. Hm. 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 Okay, du liebst da, oder? Nein. Ja. Ja. War nicht. Hallo? Lebt hier etwas? Das Ding wird nirgends hin. Die Maschinen hier sind bestimmt von Zwergen gemacht, aber das Mauerwerk eindeutig. Ich glaube, die Riesen haben nicht nur in dem Berg geschürft, sondern hier gelebt. Hm. Die haben hier gelebt. Nein, warum auch nicht? Ist doch hübsch. Ist doch hübsch, ja. Oh, musst du die ganze Einrichtung kaputt machen? Ja. Muss ich. An der Fackel ist eine Maschine mit Zahnrädern und Seilen. Wozu kann die gut sein? Welche Fackel? Lies vor. Jawohl. Das ist lustig. Wieso? In einer Handschrift steht hier nur Jötner und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. Da sind wir uns eigentlich gratis, gell? Das ist wieder so eine versiedelte Tür. Kriegen wir eh nicht auf, heißt's. Die Kralle auf der Seite. Ich glaube, ich weiß wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können? Oh! 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 Oh nein! Das Seil steckt unter dem Felsenfest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Immer muss man nur schimpfen mit den Jungen. Ja. Auch schon gemerkt. Zack, Kopfschmerz. Zack, Kopfschmerzen. Na, und jetzt? Und jetzt? Ach, die treffen wir doch nicht. Zack, und weg damit. Nimm das. So, und? Wie schon gesagt, wieder mit Totenköpfen. Wir müssen das Seil aus dem Chaos befreien, das du da oben angerichtet hast, Junge. Vielleicht kommen wir ja durch den geöffneten Gang daraus. Wird sich zeigen. Na, wer ist denn du? Da? Wer ist denn du? Unser oller Freund. Jetzt wird sie zu erzählen. Du wusstest die ganze Zeit, wie man den schwarzen Atem umgeht? Jetzt glaub ja nicht, ich hätte euch daran vorbeibringen können, Fleischberg. Ich habe Wege, fast überall vorbeizukommen, vor allem hier oben. In früheren Zeiten kümmerte sich mein Volk hier um alles, hat die Jötnarfallen verbessert und Wege erbaut, um sie zu umgehen. Deshalb sind sie auch so hinterhältig. Oh, da fällt mir ein Hass auf Fallen auf. Dann werde ich mal versorgen. Ah. Klauenbogen kann verbessert werden. Ja. Nein. Was haben wir hier für ein Traum? So, sie geht da nicht. Da haben wir jetzt die da. Die holen wir aber nicht. Da geht nichts. Was? Der Klauenbogen kann verbessert werden. Der Klauenbogen kann verbessert werden. Der Klauenbogen kann verbessert werden. Ich habe ein Auge auf den Großen, in Ordnung. Du schon wieder? Nein. 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 Huh? Ruf der? War Punkt auf Stärke und 4 auf Abwehr. Immer wieder was anderes haben. Du hattest mit Stolz, du Wunskerl. Wir haben ja den da dran. Den gehen wir jetzt verbessern. Plus 6, plus 6, plus 7. Warum nicht? Damit wirst du sicher Spaß haben. Und lass ja nicht zu, dass mein stümperhafter Bruder sie nochmal in die Hände bekommt. Ja, ja. Das bringt auch nochmal 2 Stärke und 2 Abwehr. Welten Stau haben wir genug. Ja dann. Wollen wir wahrscheinlich jetzt dann gleich was Besseres finden. Das tut immer so. Steckst dann rauf und gehst dann zack. Probierst du was Besseres. Machen wir jetzt ein paar Kaufer oder nichts. Schau jetzt. Ja, Junge. Der Buben auch nicht. Auferstehungsstein haben wir. Der Kaufer tun wir nix. Verloren haben wir auch nix. Tja, komm wieder, wenn du etwas brauchst. Ja, esse. Ja, wir sind doch. Na, wir sind dann wieder. Der Kaufer ist. Der Kaufer ist. Der Kaufer ist gut. Genau. Oder wäre sie jetzt? Der Kaufer ist... Der Kaufer ist gut. Der Kaufer ist nicht gut. Vставte sie nicht gut. Der Kaufer ist gut. 26 Erfordungspunkte, yeah. 26 Erfordungspunkte. Was für ein geiler Scheiß. Guck. Sicher, langsam. Guck, ob du ihm nicht sauerst, langsam für den Panzer. Das ist der letzte. Ja. Okay, jetzt müssen wir aufhören. Kannst du den bewegen? Sieht schwer aus. Ich kann ihn bewegen. Was denn? Was ist denn? Sorge mal. Jetzt gehen wir besser. Ja, wo ist denn wir verraschen? Was bist denn du? Das kann man nicht töten. Das greift aber auch nicht an. Was bist denn du? Wie geht's von mir? Da hätt mal doch wieder ein Vogel. Ich hab doch da ein Vogel gehört. Was ist denn das komische Viech jetzt? Was macht denn fertig? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Komisch finde ich, Leute. Komisch finde ich, Leute. Es klappt. Und das war's. Der Wagen hängt noch an. Das sehe ich. Fertig. Dann los. Das ist irgendwie aufgegangen, oder? Ich hätte eben gemeint. Dann hätte ich jetzt erst auf den Autockei raus gedacht. Und dann schiebern, schiebern, gratis, schiebern. Gut. Schau dir mal, es läuft, ey. Arbeitsbeleuchtung. Das geht nicht auf. Schau, noch eine Laterne. Kaputt. Lass sie zurück. Wozu sind die gut? Es ist irgendwas besonderes daran. Das spüre ich. Ich spürte die Käten, die wir schubsen müssen. Nö. 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 Dies ist bisser lästig, aber ich mache schon so. Oh, noch raussteig sogar, ey. Ah, ich hoffe, du kannst den Körper auf die Empfehlung. frosta Froster ist für alle da. Huch, aber gefallen. Kissen gefallen. Das hab ich gut gemacht. Weil ich der Beste bin. Aber ich wusste halt, ob ich gefallen muss. Jetzt hab ich mal Kaketen da wo geschmissen, oder? Ja, was ist das? Auf mit dir. Aha, noch mehr davon. Gut. Ach so, ich geh'n wieder auf, ey. Da geht's. Ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht. Zack. 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 Ich bin wieder auf die inneren Werte. Ja. Ich bin wieder auf die inneren Werte. Nein. Ja, nein. Ich da war doch schon. Da war doch schon alles geholfen, oder? waren wir da zack so kurz zum prozess machen wir da kurz zum prozess lauter altes zeug wenn wir es nicht brauchen können ich nur wie es ich weiß pflicht Gürtel. Ist der besser als unser? Nein. Oh, unser kann auch was aufnehmen. Dann schauen wir ja gleich, was man da übrig hat. Runen und Glück. Axtwürfel 6% mehr Schaden. Axtwürfel 6% mehr Schaden. Weil momentan schmeißen wir ziemlich fällig rund. Wir haben glaube ich 10.000, oder? Ja. Steindl schmeißen. Cool. Hat gekauft. Haben die wie gedrückt, um einen gelangenen Stampf rauszufinden. Ich meine, so von der Asche haben wir jetzt was. Da hat der Junior ein paar neue Sachen dazu gehört. Ja, klar. Reicht nur dann 20 xp. Das ist schon toll. Ich bin schon immer wieder stück, das war raus. Ich weiß nicht, dass wir wieder rauskommen. Ich weiß nicht, dass wir wieder rauskommen sind. Ich weiß nicht, dass wir wiederhole, was wir wieder verachteln wollen. Gut, haben wir das wieder gemacht. Gibt so ein bisschen Rage. Oh, kein Feinde, oder? So, wir kriegen jetzt das Zeil da raus.